so meine damen und herren herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen folge von red dead redemption das letzte mal haben wir in der großstadt auf jeden fall ein bisschen was erledigt wir haben uns mit mary linden getroffen die jetzt weg ist für immer ich habe keine ahnung tatsächlich vielleicht kommen sie noch mal für eine mission wieder vielleicht auch nicht ich weiß es nicht ja auf jeden fall ist es sehr passend dass wir gerade in der stadt sind dann können wir uns weiter hier um ein paar missionen kümmern und wie ich schon sagte die dirge mission würde ich erstmal ein bisschen verschieben würde jetzt machen wir die hier passt auch ganz gut ja ich würde natürlich lebend gerne bald mal eine gefährten aktivität erledigen vielleicht werde ich nach der mission vielleicht mal ins lager zurückkehren muss sowieso noch geld eintreiben vielleicht bietet sich dann mal was an ich weiß halt nicht wie lange wir noch in dem lager bleiben hier ein bisschen Angst dass wir das vielleicht weit weg sind es wäre ein bisschen eine möchte ich erledigen für die trophäe ja wie es läuft ich bin so schön wie ich hier gerade einfach in der mitte lang laufe das war so nicht geplant das war ein unfall ich habe euch auch fast einen unfall mhm hey lincoln ok Do you, uh, well, I mean to say, uh, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Raines Fall, a great chief, and his son, Eagle Flies. Gentlemen, we saw you in the wagon train crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. You have great powers of observation. As my people, if we are even a people anymore, we've fought hard. We've made peace treaties, and those treaties were broken. And we've been moved and punished and punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly, contravening the peace treaties signed three years ago, this will lead to war. No, my son, will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. Well, it's, uh, bad business. It's to do with oil. I know it is, but I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously, they can't. And even more, obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I've got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in two states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is now undone. We understand, and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the senator, we should head over there. It's a waste of our time. And his... No. We must try everything. Come along. Hello. Mr. Miller, the counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting, I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Yeah. Okay. Okay. Trifft ihr den E von Cornwall, Carousel und Tear mit fliegender Adler. Das heißt, es war tatsächlich schon die Missionen so gesehen. Wenn man so möchte. Die ist jetzt wahrscheinlich irgendwo hier draußen, die Missionen. Oder so. Oder auch nicht. Naja, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, ne? Die sind ja auch gerade erst da rein. Ähm, ja, dann mach ich doch einfach hier weiter. Was soll der Geiz? Hm. Gute Ehre übrigens. Starke Ehre. Christian Ehring. Ich versteck mein Ehre. Mein Gott. Eine Assoziation hier nach der anderen. Wieder ein Topform heute. Okay, Trelawney. Was hast du für uns? Äh. Wey. Vorsichtig. Nicht den Typen umreißen. Das dumme Pferd wollte halt schon wieder nicht stoppen, Mann. Ich hasse es manchmal. Rein Theoretisch. Was passiert, wenn ich mich festnehmen lasse? Nicht ausrauben. Ich gebe mich jetzt und will mal gucken, was passiert. Okay. No need for hysterics. Just come on with me. Oh shit. Verhaftet. Verhaftet. Okay, ich habe mich damals, glaube ich, nie ergeben. Also, keine Ahnung. Ist jetzt neu für mich gerade. So kann man auch Zeit vergehen lassen, würde ich sagen. Jetzt wurde aber wahrscheinlich mein komplettes Kopfgeld hier, ne? 90 Dollar. Ja, komm. Ist okay. Jetzt haben wir es mal. Jetzt haben wir es mal gesehen. Jetzt habe ich, glaube ich, kein Kopfgeld mehr. PR. Oh. Na denn, Professor. Kann man eigentlich die Hinrichtung sehen. Oh, das klingt fies. Das Umreiten ist halt echt stressig. Also, manchmal brennt es dieses Scheißpferd halt einfach nicht. Ich drücke dann eher eins, aber, ne? Es rutscht noch und so weiter. Irgendwie, keine Ahnung. Wenn ich viel drücke, dann macht es das, ne? Ach, keine Ahnung. Es ist manchmal einfach stressig. Ja, hier hat er ihn schon vor ein paar Tagen hingebracht. Ich kann mich dran erinnern. Ich würde gerne hier... Ich würde gerne hierher sein. Ich würde gerne hierher sein. Peace, stay calm, breathe deep and repent, for you will be moved to a better realm. Ladies and gentlemen, behold the calm removal of this friend's existence. Incredible, he's nearly dead, so humane. His life may have been troubled but his passing is peaceful. Oh, come on, come on, come on, come on. Somebody should be here, please. Oh, shh, shh, let's get out. You don't seem overly humane to me. I think it's mighty fine. Jesus Christ. Jetzt beide tot. Dark, oh, shulio. Dark! Dafür habe ich 50 Dollar ausgegeben. Coolio! Okay. Könnten jetzt auch sonst wohin reiten hier. Oh, Alter, wo ist das Ganze, Alter? Alter, 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 ey, Alter! Ah, nee, komm, machen wir jetzt endlich mal Trelawney hier. Meine Güte. Aber schön, dass wir so mal eben hier die Auftragsleiter auf jeden Fall erledigen konnten. Ding, 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 ding. Ja, ich weiß, tut mir leid. Ich, ich war eher der im Damn Way war, aber egal. So, machen wir das, dann vielleicht noch schnell Schulden eintreiben. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Who knows, who knows. Dann laufe ich ab jetzt mal lieber zu Fuß, bevor wieder irgendein Missgeschick passiert. Habe ich jetzt eigentlich noch Kopfgeld? Ich habe tatsächlich kein Kopfgeld mehr. Also, sich gefangen nehmen lassen, ist günstiger als, äh, würden wir zahlen mitunter. Interessant. Shaloni! Wo bist du? Da an der Kante, oder? Ja, 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 ja. Ah, da bist du, lieber Junge. Ja, hier bin ich. Na, wir müssen dich ein bisschen entschuldigen. Was? Na, du kannst nicht spielen an den Tables in einer Lanahasse-Riverboat, wie das. Du kannst? Nicht, wenn du so gut bist, dass niemand will realize, dass du da bist, um den Ort zu verraten. Na, komm mal. Auf dem Schneider den schicken, dreizeitigen Stadtanzug ab. Hier ist in need of a new suit. Wir spielen an der Riverboat, diese Nacht. Mach diesen Gentleman look like den Duke he wirklich ist. Es war der Grund, dass sein Grandfather hat zu emigrieren. Ein bitter und jealous people. Er ist lesen kann, ey. Unfassbar. Okay. Ah, passend zum Barbier wollte ich, also das ist sowieso, das passt ja irgendwie. Wenn ich meine Haare abschneiden muss, dann produziere ich. Promade ist noch okay, aber... You play cards and win. And you're going to bet very big and flamboyantly while you win. And everyone's going to think you're some new money from the oilfields come to lay it on, thick and drunk. All the while, Herr Strauss will be signaling you in your line of sight. When you bust the place, they'll take you upstairs to pay you off. And that is when Javier comes in and you take whatever you want. You don't think they might see an armed Mexican coming into the safe with me? Sure, they might. But perhaps not. You will see. The suspense is killing me. Oh, don't be so jaded. We both know this is just the kind of innocent fun you thrive on. Well, after the past couple of months, armed robbery don't seem such an innocent pastime. No, but we, you, all of us, will be done here soon. I hope so. Come on! My good man, could you smarten up my dear if you want to buy a beer? Eh. This unlikely fellow has made himself a fortune in the oil fields and learned himself not a lick of manners or gentlemanly deportment. Well, very good sir. Eh, warte mal, was kann ich denn hier? Bärte. Guck mal, kann ich sogar hier so ein paar Special Bärte kaufen, quasi. Special Bärte. Das klingt auch. Oberlippe. Kinn. Habelt der Kinnbart. Koteletten. Bäh. Naja, äh, ich kann hier einfach, okay, hä? Ach, hier unten geht's noch weiter. Sieht ja alles schon hart beschissen aus, muss man schon sagen. Yo. Spartaner. Nee, komm, ich mach den einfach nur kürzer wieder. Ob die drei. Man kennt's. 38 Cent nur. Danke. So, warte mal. Und dann knall ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Pomade rein hier einfach. Oder geht das nicht? Komm. Sieht ja furchtbar aus. Sieben von sieben. Das ist schon die längste Länge, die geht. Bloß geht noch länger. Wieso? Ah, okay. Scheide links. Das, das, das sieht alles sehr weird aus. Und das ist halt, achso, das ist die beiden Scheide rechts. Ich kann die Scheide ändern. Ja, toll. Zurückgekämpft. Oh. Oh, oh Gott. Machen wir einfach. Pomade rein, so. Jetzt sollte ich elegant genug sein. There, very smart. Come on. Let's get to the docks. To the docks. Ich habe arrangt ein paar Transporte für uns. Baller. Oh, jetzt werden wir sogar gefahren. Wie edel. George, zum Grand Corrigan, bitte. Grand Corrigan, Sir. Well, look at you. From Toad to Prince. This is a bit much, ain't it? Marmarie killo, camarade. We can't winnie up there on horses like a bunch of countryfied yokels. You're a brash oil man. Money to bar. Which reminds me. No shuffling and mumbling. Puff your chest out. Get outside yourself. Yeah, all right, all right. This ain't happening. So, who's Ammar? You all right, by the way, driver? Oh, yes. Don't worry. George and I go way back. It's a man called Desmond Glythe. Made of fortune and hosiery of all things. Likes to play fast and always keep some extra collateral in the safe upstairs. So, if Strauss is sitting behind him, how does he know what cards I got? He won't. But the dealer has recently become a very good friend of mine. Another one. Don't worry, Arthur. We're all the authors. Well, good fortune. He'll make sure you get the right cards. What could possibly go wrong? Indeed. Oh, boy. Oh, boy. I'm not playing with you. Don't worry. You've had a long, little range. Your chips will be waiting for you. Ah, there she is. Come on. Okay. Arthur. George, we'll collect these from you later. Very good, sir. Thank you, George. Good luck, sir. Now remember what I said, Arthur. Everyone is the author of his own good fortune. Yes, yes. Believe me, I heard every word. Watch Strauss. Listen to the dealer. And this should be a very lucky night. I remember a mission, which is very good. Hey, Arthur. Gentlemen. How wonderful to see you, Arthur. You remember this pair of boys, we met in New York? Come on. Champagne is on dear old Arthur. His riches can be and feeling luckier than a turkey that survived Thanksgiving. Hello, gentlemen. Hello, dear boy. Come on, come on, let's head on board. Drinks on Arthur. Champagne. Hey, hey, hey. Listen, I'm not sure. I'm afraid we require all patrons to hand over their guns. Good time. Table's away. I'm going to find myself a change of clothes. Okay. Hey, you seem unsure. Robbing a heavily armed riverboat without a gun tends to bring out the self-doubt in me. These people are virtually idiots. This is simple stuff. Now have a good time, but don't lose too much money or your wife is going to kill me. Whatever you say. Where can I get a Cocktail? I don't know what I'm going to get. I don't know what I'm going to get. Ah, I don't want to get. Ah, you. Mr. Excuse me, feel free to join a game, sir. Hello, miss. Take a seat, sir. Oh, I don't want to get a poker. Oh, I don't want to get a poker. I don't like that. Good evening, gentlemen. Arthur Callahan. Sorry, I'm late. I have some unfinished business at the bar. Desmond Blyde. Evening. Not to worry. Welcome to the game, Mr. Callahan. Okay, gentlemen. Let's play. I hope you're a player. Been too many cowards at these tables recently. Nothing less dignified than a man afraid to lose a little money. Look at this. Chip's already stacked up waiting for me. I like this joint already. We aim to please, sir. We aim to please, sir. Okay. How are we all fair? Some better than others? If we all fair the same in life now, where would the fun be? Quiet. Wait, not Desmond Blyde, the hosiery king. I should have brought my other wallet. Not my preferred title, but yes, you should have. Here we go, then. Hello, my ladies. Damn it. Mr. Blyde wins with three queens. Goodbye, gentlemen. I guess it's just you and me now, friend. Yes, it is. Time to see if you're really the man you seem to think you are. Likewise, Mr. Blyde. So what business are you in, Mr. Callahan? I'm an oil man, for my sins. Funny. I haven't heard of you. Oh, you will. Hm. You know? You know? I thought about getting into hosiery, but... I just look better than you. I'm going to stick to oil, Mr. Callahan. I don't think you have a future on the stage. You sound just like my wife. Yeah, I'm going to race. Race? Or is that too high for you? I like a confident man, Mr. Blyde. Sagt er mir erhöhen? Ich weiß es nicht. Glaub schon, ne? Uiuiui. Sunderbar, das ist eine Menge. Are you in or not? Das muss ich gleich verdoppeln, Alter. Okay, äh... Mal 2 Dollar. Wokern so sehr. Sorry to do this to you, but I have no choice. All in. Hm. Da würden kann ich nicht. Da kann ich nur mitgehen. I'll call. Interessant. There are cowgirls. I guess my luck hell. Is that you done? Done. Bust. Or, uh, you got something else to play with. Meaning? Well, I heard... Well, I heard there were some big boys on this boat. Maybe that's not you. No offense. Sit your hillbilly ass down. Why? I got a watch. Look at you. An expensive one. Real fine. Swiss. A Reutlinger, no less. It's in the safe, upstairs. It's worth more than you. Okay. I trust you. Now play. As you wish. So, you must know Leviticus Cornwall. Big oil man like you. Of course. We've crossed paths. I was fortunate enough to tour a little operation heads up in New Hanau. Let's not waste any more time here. All in. Don't worry, sir. Everyone is the author of his own good fortune. Mm-hmm. Well, I'm going to have a reaction to the boat. I'm going to have a reaction to the boat. Right over the, uh, buttons there. Nice. Parakeet. Very good, but not good enough. Shit. Uh-oh. Yes, you little beauty. Hard lines, Mr. Blind. Mr. Callahan wins with an ace-high diamond flush. God damn you! No offense. None taken. Well played, sir. Unlucky, Desmond. Now, forgive my lack of discretion, but, um, where might I find this watch? It's upstairs. Shall we go and have a look? Why not? Gentlemen. Please, cash these out for me. I started last week. Good. Sure. Well, perhaps you could have called us up to the office. Yes, of course, sir. Thank you. Follow me, gentlemen. Who are you going to go? Who are you going to go? Who are you having quite the knife? Yeah, so far. Eh, 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 Strauss. I cannot believe, somebody gave me a job. So was. My brain was like, that Josea is also here, but that's not true. Strange times. Strange times. Personally, I wouldn't trust one with a gun, but, fear not. I've got my own little lawgiver right here. Very good. Next, we'll be hiring Negroes. Yeah, I know, I know. I think you're going to like this watch, sir. I saw it earlier and it really is a handsome piece. Foreign made, but you can't have everything. Indeed. Well, I think you're going to like this watch, sir. Well, you're going to like this watch, sir. Well, you're going to like this watch, sir. That's why we're going to like this watch. I think we're going to like this watch. Give me one second, sir. Of course, take your time. Don't reach for that gun. Take his gun, Arthur. Oh, Alter, is there going to be a gun. Is there a small buckpfeife so far? Not bad. Shit, let's hope no one heard that. Quick, clear the safe. Let's get out of here. Can't believe that asshole had another gun. The view in here is looking pretty good. How much is there? Must be a few thousand plus the watch. Nice. Let's get out of here. Come on. Let's go meet the others. Sure. Oh, 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 oh. We've only got a few minutes to get out of here. If we're lucky. Or an Mafia. Da gibt's auch eine Mission auf dem Boot. Die waren ein bisschen stinkig, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin ein bisschen stinkig, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ein bisschen stinkig, wenn ich mich nicht täusche. Komm, komm. Ich bin ein bisschen stinkig. Ich bin ein bisschen näher. Das kann man nicht mehr tun, wenn ich mich nicht täusche. Das kann man nicht mehr tun. Ich bin ein bisschen gerecht. Herr? Ich hoffe, dass du Spaß hast, Herr. Der Zeit meiner Leben. Die Mannen weiß, wie man auf eine Show zu machen. Das ist wunderbar. Schau, da ist dein Freund. Ihr Freund ist nicht ein guter Geist, und ich bitte, dass du das Insinuat abgeholt hast. Da ist er. Nun, bist du sicherer Verlust, Freund. Es ist etwas, was ich nicht mag, über den Paar von dir. Es ist viel, was ich nicht mag, aber ich habe die guten Worte, um meinen Mund zu schrauben. Da ist er! Schau, den Mann! Wie ist denn das passiert? Wir müssen raus! Der hat nichts an. Den haben wir... Den haben wir wahrscheinlich die Kleine überklaut. Äh... Wie ist das jetzt schon so eskaliert? Oh, Mann. Uh... Ja, alle Leute ausschießen. Na ja, macht wenigstens Spaß. Patsch. 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 Okay. We got to go, come on! They're revolting up off the Alligator's! Get in there. Oh, jeezus. Man kann nicht mehr mit dem Spiel übrigens. Ja, das ist wirklich gut. Und diese Karte... Apparently, es ist wert. Ein Swiss. Ein Reutlinger oder so? Nice Karte. Ja, es ist ein Reutlinger, alles gut. Wir geben es zurück. All right, komm, wir raus. Jetzt die Frage aller Fragen. Wo spawnen wir? Offensichtlich in der Stadt. Oh, wir haben sie auf 100 Dollar verdient. Nehme ich auf jeden Fall. So, Map, danke. Oder Missions-Info meinetwegen auch. Ich bin jetzt Pokerspiel ohne Strauß Hilfe. 10,5 Sekunden vom Schiff. Ja, da gibt es ja immer noch die Info. Oh, da haben wir ein paar Missionen, sehe ich gerade. Charles, ach der, der... Ja, okay. Ja, okay. Mach grad mal eben schnell. Ah! Ich wollte jetzt eigentlich noch mal eben die Schulden eintreiben. Und gleich im Zuge mal gucken, ob es vielleicht eine Gefährtenaktivität gibt diesmal. Aber es ist vielleicht besser, wenn ich gleich am Ende einfach mal da hingehe. Und mal gucke. Und dann einfach speichern gehe bei mir. Und dann halt... Solange pennen gehe oder... ...larfe, speichere bis quasi, ähm... ...meine Gefährtenaktivität da ist. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Hm. Jetzt kann man sich hier seine ganzen Werke ansehen. Cool. ...kunst ist das. Jetzt wird ja nökte Frauen. Ja. 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 Hallo, Mildred. Das ist kein Trailer für uns. Bitte. Was ist ein Museumsgang ohne ein bisschen Brügelei am Ende? Ich kenne das auch nur so. Gratis Leben. Ist mein Hut? Glaube nicht, aber ich nehme ihn einfach. Oder hatte ich einen Hut auf, weil sie hier reinkam? Ich weiß es nicht. Jetzt ist es meiner. Vor allem so, dass sie so schockiert sind von so Nacktbildern. Ich meine, keine Ahnung, die Kunst, Mittelalter und Renaissance ist doch voll davon. Und das ist ja schon in der Vergangenheit, sage ich mal. Naja, es ist jetzt Amerika, neue Welt und hier geht so langsam los, dass Amerika brüder wird. Ich sagte dir, ich war ein ganzes Arsch. Du bist tot. Und du bist. Jetzt vielleicht gehst du ein Arschluss irgendwo anders sein. Ah, hier sind wir. Ich kenne eine Frau hier. Sie lässt mich noch ein bisschen bleiben. Good luck. That picture I gave you, it will be worth something someday. I can feel it. Perhaps. Right now, seems like the only thing it'd get me is the kick in the balls. Oh, you are funny, you know. I hope to see you again sometime. My angel! My little bird! It's me! Hey. Die Missionen von ihm enden immer so, dass er irgendwie in dein Haus verschwindet. Witzig. Okay, komm, dann reite ich jetzt noch zurück, denke ich, in unser Lager. Und guck mal, ob wir da was haben. Was der Teufel? Steckst du wieder auf? Hey, look out! Rumpel? Geh halt nicht im Weg rum. Hey there, girl. Äh. So, sollte ich mir vielleicht erstmal eine Markierung setzen, nicht wahr? Hier hin. Ich weiß halt nicht, wie lange das Schuldeneintreiben dauert, ne? Das ist ja wahrscheinlich dann auch wieder eine... Äh. etwas längere Mission. Muss man erstmal irgendwie wieder was machen. Da liegt totes Pferd. Hm. Hm, 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 hm. Von daher machen wir das dann lieber beim nächsten Mal. Aber wir haben ein bisschen was geschafft. Eine Hauptmission. Ja gut, wir haben... zwei fremden Missionen, glaube ich. Wir haben halt in diese Hauptmission schon mal getriggert, ne? Beim... EF. Ich weiß nicht. Äh. Eagle Flies, ne? Oder fliegende Adler hieß er. Genau. Genau. Ja. Ein bisschen was erlebt haben wir heute auf jeden Fall. He. Erlebt. Ah, ja. In dem Kapitän kommen echt viele Nebenmissionen dazu. Weil einfach alle in Zornini sind. Und da waren wir halt vorher nicht. Von daher, äh, schon, schon gut auf jeden Fall. Davon möchte ich ja auch möglichst viel erledigen. Wie gesagt, wahrscheinlich nicht alle. Zumal einige ja, ne? Zigarettenbilder und so, die man da sammeln muss und was weiß ich. Die war ja auch gar keinen Fall. Aber auch sowas wie irgendwelche Blumen sammeln oder so. Wahrscheinlich eher nicht. Ich muss mal gucken, wie ich am Ende Bock drauf habe. Wie gesagt, ich spiele jetzt erstmal so weiter bis Kapitel 6. Denke ich. Und dann gucke ich mal, welche Nebenmissionen uns alle noch fehlen. Werde dann mal ein bisschen schaulen. Und der stirbt gerade. Mal gucken, wie viel Zeit ich da noch, also was heißt Zeit habe. Wie viel Lust ich da noch habe. Den restlichen Kram zu machen. Wie viel es dann tatsächlich ist, was fehlt. Ich spüre den Hinterhalt. Immer auf diesem Pfad. Aber immer so viele. Stop it. Viel zu tun in Red Dead Redemption 2. Tchalalalai. Ja. Aber trotzdem bisher auf jeden Fall kürzer gedacht, als ich... Also kürzeres Spiel, als ich gedacht habe. Oh, wir haben eine Gefährtenaktivität, tatsächlich. Das ist natürlich ärgerlich. Weil die beim nächsten Mal eventuell nicht mehr da ist. Das ist eine kurze Ausrauben, oder? Ein bisschen Überfall. Komm, wir machen das jetzt einfach nochmal. Scheiß drauf. Dann habe ich es hinter mir. Dann bin ich auf Nummer sicher gegangen. Tun machen. Herstellen. Äh. Äh, hä? Der Teller da? Nee. Briefe von... Hm. Lenys Vater. Kann ich erstmal Briefe lesen? Soll ich mich irgendwie hinsetzen? Hä? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Trelawney und Hosea have taught us well. Wollt ihr mich verarschen? Maika, iss hier nicht. Das Würstchen. Wie geht's, Arthur? Wie geht's, Sadie? Oh! Was ist das neue Haare? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Oh, shut up! Äh. Weil ich meine Haare brumadisiert habe. Ja, gut. Das Spiel lügt mich halt einfach an. Da kann ich da natürlich auch recht wenig gegen tun. Ich weiß nicht mehr, wo Maika überhaupt steckt. Das Würstchen. Das Würstchen. Gut. Gut für dich. Gut für dich. Da hinten glaube ich. Wie ein Käse. Nein, nein, nein. Mehr als ein Haus und eine Geschichte. Wie schön für dich. Wie schön für dich. Ja. Du bist noch hier? Hallo, Arthur. Wie viel zu hart als immer? Ich mache Geld, nicht die Klauen. Wie gesagt, wenn ich mir das Spiel anlüge, dann kann ich natürlich recht wenig gegen tun. Das ist ein Blödsinn. Kann ich nichts machen, oder? Soll ich mich hier hinsetzen oder so? Na gut, dann setze ich mich jetzt da irgendwie auf den... Na toll. Ja. Gut. Dann halt nicht. So ein Schmutz. Na ja, hoffen wir aber, dass beim nächsten Mal vielleicht was da ist oder so. Jetzt einfach speichern und beende jetzt einfach mal die Folge, würde ich sagen. Da bleibt halt einfach nicht mehr viel zu tun. Ja, nächstes Mal dann vielleicht können wir das dann machen. Vielleicht auch nicht. Ansonsten, äh... Ja, ich glaube, ich werde einfach direkt mal die Schulden eintreiben. Nächstes Mal habe ich es endlich mal hinter mir. Ich bin Bock mit auf, dass das da rum steht. Oh, guck mal. Ah! Stimmt! Alle Revolverhelden. Das müssen wir halt auch endlich mal machen, ne? Meine Güte. Ich muss überlegen, ob ich gerade einfach noch mal eine Folge aufnehme. So, weil ich werde das jetzt irgendwie hier hinter mich bringen. Naja, ne, eigentlich habe ich keine Zeit mehr dafür. Eigentlich habe ich keine Zeit mehr dafür. Shalalalala. Na gut. Ich glaube, wir danken für mich, dass ihr euch was gefallen habt. Wir sind jetzt beim nächsten Mal wieder hier bei Red Dead Redemption 2. Bis dahin. Äh... Bade? Da mache ich nochmal irgendwas schnell. Wenn du hier auf deiner Erdenturen und du siehst, irgendwelche Herben für Seasoning, würdest du sie für mich nehmen? Seasoning? Yes. Don't tell Mr. Pearson. Okay. I'll see what I can do. Okay. Das ist so ein Auftragsding. Scheinbar nicht mal. Doch. Protokoll aktualisiert. Protokoll. Wo kann man das denn sehen? Protokoll. Hm. Beim Menü kann man das denn nirgendwo sehen. was echt dämlich ist. Irgendeine Aktivitäten. Pferdkampf. Verbrechen. Keine Ahnung. Story. Bitte vier. Deckel ist so umschalten. Achso. Wiederholen. Mhm. Boah. Boah. Guck mal. Hier nochmal eine extra Beschreibung. Cool. Egal. Jetzt aber wirklich. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hahaha. Tja. Somehow. Tja. Tschüss. Vielen Dank.